Dankeschön, Julien. Verdammt, wer bist du? Voll hübsch. Dankeschön, ich bin Nils. Jolly, kann ich Modi sein? Kann ich Modi? Kein Muss. Leute, ich muss erstmal Moody's wieder löschen, bevor ich wieder Moody's machen kann. Wie alt? 21. Da ist die Nachricht hochgerutscht. Hey, ist ja auch nicht schlimm zu fragen. Fragen kann man alles. Ich muss ja nur nicht auf alles antworten. Willst du hoch, woanders hin? Wir waren ja jetzt in Melbourne erst. Also wir waren ja erst drei Monate in Byron oder vier Monate. Dann kurz in Melbourne und jetzt reisen wir mit dem Camper rum. Von Melbourne Richtung Melbourne nach. Wir waren jetzt erst noch bei der Great Ocean Road. Und jetzt fahren wir von oben nach unten, also die Ostküste lang. Ich wohne im Camper. Ich bin erst wach geworden. Na, guten Morgen wünsche ich. Ich bin in Australien. Was für ein Kaugummi isst du? Äh, Bubblegum. Uh, ich wollte es euch gerade zeigen. Oh, dieses Handy macht mich fertig. Das ist schon hundertmal runtergefallen hier. Warte. Ach, darf ich das gar nicht? Darf ich das wegen Werbung zeigen? Weiß ich gar nicht. Aber kennt ihr ja. Bei mir sind es zehn Grad echt. Boah, voll kalt. Ja, wo duschst du? Wir beim Campingplatz. Kann man auch Wäsche waschen und alles. Weil er sich nicht zeigen möchte. Ich habe den schon wieder neben mich geholt. Arbeit. Ähm, wir, Rufa, wir haben gearbeitet. Und jetzt reisen wir erst mal. Junge. Zuckerpupsen, ja lustig. Bin auch immer in der Live. Ja, kann ich dich kennenlernen? Nein. Also, kommt drauf an, wie du das meinst. Ja, darfst du zeigen, nur keine. Achso, okay. Kannst du meine Frage auch mal beantworten? Ja, guck mal, jetzt habe ich diese Frage gelesen. Schreibt die Fragen einfach doppelt rein, wenn ich die nicht gesehen habe. Weil wenn ihr jetzt sowas schreibt, dann sehe ich, dass er, das ist halt manchmal doof, einfach doppelt schreiben. Manchmal sieht man sich, heißt er, wo früher immer live warst, kommst du nicht mehr live. Nee. Sehr sympathisch, danke schön. Hallo, schöne Frau. Hallo. Bist du deutsch? Ich bin deutsch, ja. Halb deutsch, halb türkisch. Warum seid ihr, ihr sagt es. Wo geht es nachher hin? Leuchtturm. Hm? Hm, habe ich. Was denn? Los. Hm, hm. Noch nicht. Hängt. Tut mir leid, Leute. Wer ist dein Handy jetzt woanders als gerade? Geht mal her. Was machst du? Seiten weg. Ah, ist hier zu viele Seiten auf und dann geht das Internet nicht. Hm, ja, wir machen kurz eine Pause, weil hier Internet ist und ich wollte unbedingt kurz live kommen, weil ich finde es ja schlimm, solange nicht live zu sein. Ich kann es mal türkisch reden, ich kenne kein türkisch. Schmeckt. Ich bin aus Australien. Ich bin aus Australien. Ja, ich habe so einen Mini-Müllsack. Mach das an. Äh, 17.32 Uhr, dieses letzte Video. Dankeschön. Gibt es da viele Spinnen? Ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass man die wirklich sieht. Also da, wo wir jetzt sind, gibt es nicht so viele Spinnen wie so ein Byron. Hier geht es. Mein Papas Türke. Die ganzen Fliegen machen einen verrückt. Leute, das hier sind übrigens die Duschmarken für unseren Campingplatz. Da kann man so Duschmarken reinwerfen und wir haben heute einfach vier Duschmarken geschenkt gekriegt. von anderen Leuten, die gegangen sind und eine gefunden. Bedeutet, ich kann heute richtig lange duschen, weil eine Marke bedeutet drei Minuten duschen. Und das ist ja manchmal so kalt. Morgen früh werde ich mir eine richtig warme, lange Dusche gönnen. Heute nur einmal ganz schnell und dann morgen länger. Ja, klar, dass du mein Tattoo sehen. Hier sieht man es. Ich mache es immer so. Hier. Sind hier vorne welche? Nee, ne? Hast du gerade gehört? Nein, Inge, bin ich nicht. Sehr schön. Ich weiß los. Warte eben die 30 Minuten, weil wenn dann die Verbindung abbricht, ist nicht schlimm. Hallo Taktik. Wie geht es dir mal lieber? Neun Minuten. Leute, lasst uns gemeinsam das Live-Ziel übrigens schaffen. Also wenn ihr Bock habt, macht es gern weg. Hast du Angst vor Spinnen? Ja, ich habe sehr dolle Angst vor Spinnen. Aber ich muss sagen, Australien hat mich ein bisschen schocktherapiert, weil ich hatte ja keine andere Wahl. Hier waren schon ganz schön große. Gut, das freut mich Taktik. Mir geht es auch sehr gut. Dankeschön. Wolfi, Dankeschön für die Kartoffeln. Ganz viel Liebe hier. Wolfi, Dankeschön. Ich bin hier mitten im Nirgendwo in Australien. Hat morgen Geburtstag. Bist du schon aufgeregt? Und ist es noch hell? Ja. Warum im Auto? Das ist unser Camper. Hier schlafen wir drin. Allrudinein, das mache ich nicht. Ich bin 21. Danke an jeden übrigens, der so fleißig auf dem Bildschirm drückt. Am Sonntag Geburtstag. Erinnere mich mal einen Tag vorher dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.